jetzt noch mal erhöht deutlich das glück alle und ich nehme das hier da sind wir alle schon mal doppelt glücklich besänftigt den enditus und verhindert das auftreten von einem opferhaken hast du das foto gesehen das sie geschickt haben ja das war gut deswegen nenne ich immer entity klingt wie entity das hört sich irgendwie so niedlich oder irgendwie ein bisschen entity ach der scheiß entity war mal wieder da und wollte uns alle töten bei michael meyers wenn michael meyers noch dabei wäre dann kann er ja diesen dieses spezial opfer noch machen er sieht ja welcher von uns dann das opfer ist wir sehen ja auch wer von uns das opfer ist aber die anderen sehen das halt nicht krass und dann killt er alle anderen und wenn er sein spezial opfer das dann ausgewählt wurde vom entitus wenn das zu wenn er das zuletzt tötet dann bekommt er bonus punkte ich glaube es kann eigentlich jeder killer benutzen aber halt nur mit dem mit dem pack von michael meyers halt ich gehe gleich die luke suchen ihr könnt mich die sport auch erst ab wenn wir zwei generatoren gemacht haben das leckt hart ja ja die ist noch nicht da er zwei generatoren oder zu uns wir haben den kettensink typen miese kacke das ist genau du ihn bring zu mir auf ich ja gut dann bring ich ihn zu dir ja Ja, guck mal da! Du bist da hin! Du musst da die Ideen da holen! Hey! Guck mal! Oh mein mein, so. Genau, mach den Move und hol mich direkt. Jetzt, er macht den Generator kaputt. Dankeschön! Kein Problem! Ich habe einen Sprintboost, ey, ohne einen Sprintboost fühle ich mich so einen Nutz verhindert. Oh Mann! Oh, wie das aussieht! Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Warum? Nein! 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 Scheiße! Oh fuck! Jetzt hat er es durchschaut. Ahhhh! Bitte! Bitte was? Oh nein! Oh nein! Holt mich! Holt mich! Holt sie, holt sie! Rettet das Fädchen! Rettet das Fädchen! Rettet das Fädchen! Rettet das Fädchen! Ja, schnell! Die neue Runde läuft ja echt schon richtig gut. Irgendwie nicht. Wie war das, Niklas? Du wolltest mein Bodyguard sein, ja? Toll gemacht! Toll gemacht! Ah, schon wieder vergessen! Ja! Kaffee schön! Hallo! Okay, Luft holen! Herrlich! Und langsam wigglen! Und aufhören! Ey, kannst du auch zu mir küssen? Oh nein, du bist ja gleich tot! Scheiße! Ich habe keinen Bock mehr! Ich habe keinen Bock mehr! Wir werden alle sterben! Wir werden alle sterben! Pass auf! Ich habe keinen Bock mehr haben tun! Auf dieses Spiel, das verfickten sein ist! Verfickten sein? Verfickten sein ist nicht gut! Oh! 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 Ich leck mich weg! Ich bin direkt beim Killer! Ach komm! Ich leck mich weg! Ja! Der sieht mich nicht! Bitte was? Doch jetzt! Ah, okay! Er guckt mich nur an! Ähm! Er hat sich gesehen! Geh weg! Ach was! Erzähl mir mehr! Ja, bitte erzählt mir mehr! Hat er mich gesehen? Ich habe es nicht mitbekommen! Hat er mich jetzt gesehen? Warte! Ja, wo bist du denn? Ach, da bist du! Er kommt angerannt! Angehumpelt, ja! Für dich Nico! Für die letzte Runde! Ja, wir schaffen das! Wir schaffen das! Wo ist er? Er sagt, für dich Nico! Und rennt zu Jacky! Ja, das äh... Oh! Oh, hi Killer! Mann! Nein, nein! Nein, nein! Danke! Nimm mich! Nimm mich! Nimm mich! Nimm mich! Nimm mich! Hör mir denn es! Hör mir denn es! Nimm mich! Oh, er hat sich ein bisschen länger abgelenkt! Dann hätte ich mich vielleicht noch freiwillig geguckt! Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Ja, ich schaffe das noch! Oh mein Gott! Nimm mich! Ich laufe jetzt nicht hierher. Doch, ich laufe jetzt für euch. Weil ich brauche Hilfe, Heilung und so. Ich rette dich. Ich rette dich. Das war der beste Satz. Die beste Aktion des Tages. Aua. Wo bist du? Wo liegst du? Nimm mich! Ihr kommt beide angehumpelt, ey. Was ist denn mit euch los, man? Oh mein Gott. Nein, da fange ich nicht durch, ne? Ja. Nimm mich! Ja, geil. Was stimmt denn nicht mit euch? Ich weiß nicht, irgendwas. Ja, ich muss meine Schulden begleichen vor letzter Runde. Ich opfer mich. Warte. Du kannst es begleichen, wenn wir die Runde gewinnen. Achso, jetzt sag's doch gleich. Dankeschön, Dankeschön. Achso. Ja. Ja. Er kommt jetzt zurück. Das ist nicht so schlau. Ja. Ich hab gesagt, es ist nicht so schlau. Oh Gott. Oh Gott. Ich krieg Abstand. Ich komm. Ja. Hm. Okay. Es läuft grad nicht so. Er hat gesagt, die Runde gewinnen. Also. Ja. Wollen wir uns nicht mal heilen? Nein, weil er doch zurückkommt. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es bringt nichts mehr. So. Jetzt weg. Was? Wo? Und heilen. Ja. Bleib stehen. Ja, warte. Er kommt wieder. Ja. Was? Beruhige dich, Jackie. Alles gut. Alles gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, danke. Du musst die Wut nicht an mir auslassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Nimm mich. Oh. Nein. Geh ihn holen. Halte durch. Oh mein Gott. Er läuft wieder her. Schaffst du. Schaffst du. Schaffst du. Schaffst du. Schaffst du. Hey. Ich bin echt motivierend. Oh mein Gott. Noch weiter. Das kann ich nicht zulassen. Oh mein Gott. Nein. Ich. Nicht. Was? Was musst du denn? Was kannst du denn? Ich konnte nicht zulassen, dass du stirbst. Das war nötig. Ich bin doch eh tot. Mann. Toll, jetzt hat er dich genommen. Also jetzt hast du das, was du wolltest. Nein. Lass mich. Ich sehe, wie der vor mir ist. Lass mit Absicht in Ruhe los. Mann. Also die Ruda ist gut. Sehr gut. Die war doch lustig. Jackie lebt noch. Hey. Jackie schafft das schon. Sie spawnt ja erst ab 2. Sehr gut. Hi. Jackie du schaffst das schon. Alles gut. Dann mach jetzt einen auf Fidget Spinner. Ja. Wie kamen wir eigentlich auf Fidget Spinner? Alter, dieser Bug guck ihn dir an. Jackie. Du fliegst immer dem. Du fliegst immer dem Dribber. Nee. Nein, 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 nein. Deine Mutt acquired auf mich. Wie kamen wir eigentlich auf Fidget Spinner? Ohne Witz. Nein, 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 nein. Jackie, das schaffst du. Du, ich glaube an dich. Toll, ich bin tot. Ich bin richtig tot. Ich bin so tot, dass es gar nicht mehr anders geht. Jetzt mach noch einen Generator und such die Falltür. War witzig. Oh man. Oh, das war der Generator, den ich angefangen hab vorhin. Bevor ich gestorben bin. Bevor ich gestorben sein tun bin. Gesein tun bin. Sein tun bin. Die Fähigkeiten Checksmith sind mit dem Wechselkoffer viel schwerer, finde ich. Ja. Lustig, lustig. Lalalalala. Du hast es vorher gesagt. Du hast es vorher gesagt. Das schaffst du. Jetzt! Du hast es vorher gespielt. Ne, 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 ne... Oh man. Du hängst schon, ne? Ja! Aaaaaaah. Ich wohl hätte hier eh keine Rolle gespielt. Aber ich bin nicht auf Erfe gestorben. Immerhin. Ah, witzig. Toll. Ich hab mich nicht geopfert. Ich wurde getötet. Wollte ich ja grad sagen, da steht immer geopfert. Geopfert! Ich so, nee, nee, ich hab mich nicht geopfert. Geopfern, geopfern. Niklas hat sich geopfert. Verständlich. Vollem Körpereinsatz gezeigt hat er. Niklas hat sich geopfert. Er hat es freiwillig getan. Wir wurden umgebracht. Nox. Nox. Ups. Aaaaaaah. Tja.